Jetzt gehen wir wieder um Getty-Check und es geht um die allseits berühmte, also intern nennen wir sie ganz gerne Babberzange. Nagel, Bruch, Nagel, Schloss, Sägeblatt, Traumdreher. Also wirklich alles, komplett alles, alles kaputt machen. Aber das finden wir heute mal genauer aus. Dankeschön dafür. Irgendwo sind auch die Grenzen. Komisch, Testergebnisse lügen nicht. An diesem Tisch wird nicht gelogen und zwar Stahlwille kam auf 35,4 Kilogramm bei einem einaderigen Stromkabel, da hat der hier gehabt 35,9 Kilogramm. Newton könnt ihr umrechnen, ich weiß, ihr könnt das. Das Ding ist viel kleiner, wir haben hier einen viel größeren Hebel und die ganzen Testergebnisse ziehen sich so durch. Es ist der gleiche Schloss, mich beleidigen werden. Deswegen, ich gebe dem Ganzen nur eine 2 von 10 Punkten wegen dieser verdammten Fake-Werbung. Fallt nicht drauf rein. Also, ciao.